Das mit dem Maisanbau für Biogas macht ja gar keinen Sinn, da wird ja so viel Diesel verbrannt, man kann ja auch einfach mit dem Diesel den Strom erzeugen und hätte dann viel mehr. Aber stimmt das? Entspricht das wirklich der Wahrheit? Wie viel Strom erzeugen wir denn eigentlich aus einer Tonne Mais und wie viel Diesel entspricht das ungefähr? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Im Netz findet man ja vieles über dem Bereich Biogas und unter anderem wird ja auch immer behauptet, bei der Produktion von Mais wird so viel Diesel verbraucht, dass sich das Ganze gar nicht rechnet. Also da wird ja viel mehr verbraucht, als man am Ende Strom mit dem Mais erzeugt. Und der Frage geben wir jetzt heute mal auf den Grund und dazu gucken wir uns jetzt das Ganze mal aus dem Büro an bzw. direkt aus den Werten. Also für die Ermittlungen der Dieselverbrauchsdaten würde ich mal dieses Jahr repräsentativ nehmen, habe das Ganze aber so ein bisschen gemischt mit unseren Jahreserfahrungen. Wir fangen ja im Jahr an mit Gärastausbringung im Striptillverfahren, ist die erste Maßnahme, die wir auf den Feldern machen. Je nach Ausbringmenge und Boden verbrauchen wir da zwischen 11 und 16 Liter auf dem Hektar. Wir rechnen jetzt hier mal mit 14 Liter auf dem Hektar, das ist unsere einzige Maßnahme in der Bodenbearbeitung, das Striptillverfahren tatsächlich mit Gärraste auszubringen. Dazu kommt natürlich der Transport der Gärraste zum Ausbringerfass, 8 bis 20 Liter auf dem Hektar, je nachdem wie weit man natürlich mit der Fläche von dem Biogas weg ist, ist die Streuung da relativ hoch. Ich habe den Durchschnitt auch mal jetzt relativ hoch angenommen, wir hatten dieses Jahr viele Flächen relativ weit weg. Die nächste Maßnahme, die dann folgt, ist natürlich die Aussaat. Wir haben jetzt hier eine Amazone EDX, 6 Meter. Je nach Bodenbeschaffenheit ist der Verbrauch zwischen 4,5 und 6 Liter auf dem Hektar, das ist ja tatsächlich aber auch schon unser Durchschnittsverbrauch seit Jahren. Ich rechne hier mit 5,5 Liter, dieses Jahr waren wir so ein bisschen drunter, letztes Jahr waren wir ein bisschen drüber um den Verbrauch, aber ich denke mal mit 5,5 Liter auf dem Hektar liegen wir da sehr, sehr gut. Danach folgt bei uns noch eine Mineraldüngermaßnahme, hier jetzt dargestellt mit dem Schleuderstreuer. Wir haben dieses Jahr das ganze flüssig ausgebracht, unterscheidet sich aber nicht im Wesentlichen mit dem Dieselverbrauch. Ich gehe jetzt hier von 0,2 Liter auf dem Hektar aus, das ist gar nicht zu viel. Und dann haben wir noch mal eine Pflanzenschutzmaßnahme, 0,4 Liter auf dem Hektar. Und dann war es das erstmal mit den Arbeiten im Frühjahr und dann wächst der Mais das ganze Jahr vor sich hin, bis wir dann letztendlich bei der Ernte landen und weil die Erträge sehr, sehr stark sich unterscheiden, gehe ich bei den Erträgen dann auf Liter pro Tonne ein, das sind die Werte, mit denen ich da tatsächlich arbeite. Das heißt, beim Mais häckseln haben wir hier 0,56 Liter pro Tonne, das schwankt natürlich je nach Erträgen, 22 Liter pro Tonne bei 40 Tonnen auf dem Hektar, 40 Liter wären es bei 70 Tonnen auf dem Hektar. Die Streuung ist da sehr, sehr groß, bei Liter pro Tonne ist das tatsächlich der Durchschnitt, den wir dieses Jahr gebraucht haben in der Maisernte für die knapp 16.000 Tonnen, die wir gehäckselt haben, bei 6 mm Häcksellänge. Dazu kommt natürlich noch der Transport, nicht zu unterschätzen, macht tatsächlich den größeren Anteil aus mit etwa 0,8 Liter pro Tonne, je nachdem wie weit wir von der Fläche weg sind. Das Ganze kommt letztendlich im Silo an, wir haben dieses Jahr mit zwei Walzfahrzeugen gearbeitet, obwohl man hier in den Aufnahmen nur ein Fahrzeug sieht, aber ich hatte jetzt keine anderen griffbereit. Siloschieben plus Walzen kommen wir auf 0,25 Liter pro Tonne, tatsächlich ein sehr geringerer Wert, also die Maschinen brauchen für das Schieben und Walzen relativ wenig Kraftstoff, sage ich mal. Zusätzlich habe ich jetzt noch 5 Liter für Sonstiges reingenommen, das soll einfach alles umfassen, was Reparaturarbeiten mit dem Auto sind, Ackerkontrollfahrten, Überladewagen fürs Dünger Streuen. All das verbirgt sich hinter dem 5 Liter auf den Hektar, das ist glaube ich auch ein sehr, sehr realistischer Wert. Wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, den oberen Teil, den wir für Pflanzenschutz, Aussaat und Nährstoffversorgung brauchen, kommen wir auf 34,6 Liter auf den Hektar und für die Ernte, bis es im Silo liegt, brauchen wir nochmal 1,6 Liter pro Tonne dazu. Um alles jetzt am Ende aber besser ausrechnen zu können, rechnen wir jetzt im Prinzip alles auf Liter pro Tonne um. Wir hatten einen Ertrag von 57 Tonnen auf den Hektar, 34,6 Liter pro Hektar haben wir gebraucht von dem Striptill-Verfahren über die Aussaat bis zum Pflanzenschutz, ergibt 0,61 Liter pro Tonne und dann haben wir nochmal 1,61 Liter pro Tonne für die Ernte gebraucht, das heißt vom Häckseln über den Transport, über das Festfahren bis es letztendlich im Silo lag. Dann kommt letztendlich noch dazu die Beschickung der Anlage, das heißt wir brauchen ja gewissermaßen Kraftstoff, damit der Radlader fahren kann, das ist nochmal 0,2 Liter pro Tonne, die wir brauchen, um die Anlage zu beschicken und somit kommen wir insgesamt auf 2,42 Liter pro Tonne von der Erzeugung, vom ersten Arbeitsschritt auf dem Acker bis das ganze Produkt letztendlich in der Biogas landet. Schauen wir uns jetzt aber an, wie viel ist das ganze Wert, wie viel Strom können wir denn nun letztendlich daraus erzeugen? Da wir ja mit einem Naturprodukt arbeiten, ist die Streuung auch relativ groß, das heißt eine Tonne Mais kann von 180 bis 280 Kubikmeter Biogas geben, ungefähr im Schnitt, also auch da drüber und da drunter ist alles möglich. Wir liegen dieses Jahr ungefähr bei 240 Kubik pro Tonne Mais, ich glaube das ist auch ungefähr der Durchschnitt, den man so über die Jahre hat. Was können wir erwarten aus 1 Kubikmeter Biogas, aus Mais gewonnen, sind das, je nachdem welchen Motor man hat, kann man zwischen 2 bis 2,4 Kilowattstunden rechnen, die wir pro Kubikmeter Biogas aus Mais bekommen, ich sage das ganz bewusst, weil der Methangehalt ist entscheidend, bei Mais haben wir ungefähr 52 Prozent Methan, deswegen dieser Faktor gilt ungefähr nur auf Mais, bei anderen Substraten, die mehr Methan im Biogas haben, müssten wir das Ganze noch ein bisschen anders rechnen. Wir liegen hier bei meiner Anlage ungefähr bei 2,2 Kilowattstunden pro Kubikmeter Biogas, das heißt wir können am Ende zwischen 360 bis 672 Kilowattstunden von einer Tonne Mais gewinnen, ich bei meiner Anlage bin aktuell ungefähr bei 528 Kilowattstunde pro Tonne Mais, die wir damit erzeugen können. Wenn wir jetzt den Eigenstrom abrechnen, das ist im Prinzip der Strom, den wir brauchen, um die Biogas am Laufen zu halten, um alles zu produzieren, das heißt da gehen die Rührwerke, da sind die Schaltschränke drin, da sind die Kühlung von den Motoren drin, das ist ungefähr 7 Prozent von dem Strom, von dem erzeugten Strom, auch hier schwankt es nach oben und unten, kommen nochmal 36,96 Kilowattstunden dagegen, das heißt die müssen wir abziehen und dann kommen wir letztendlich auf einen erzeugten Wert von 491,04 Kilowattstunden. Wichtig ist, dieser Wert ist die elektrische Leistung, das heißt so viel Kilowattstunden können wir elektrisch erzeugen, wir haben aber nochmal ungefähr genauso viel thermisch, das heißt wir haben 491 Kilowattstunden elektrisch und ungefähr genauso viel thermische Energie würde uns auch nochmal zur Verfügung stellen. Wir würden uns jetzt aber hier einfach erstmal auf die Stromerzeugung konzentrieren, das heißt wie viel Liter Diesel bräuchten wir um 491,04 Kilowattstunden an Strom zu erzeugen. Jetzt müssen wir natürlich einmal betrachten, wie viel Energie bekommen wir natürlich aus einem Liter Diesel, es ist angegeben mit 9,79 Kilowattstunden je Liter, die haben wir natürlich nicht zu 100 Prozent Verfügung, sondern der Motor hat natürlich einen Wirkungsgrad, der hat Energieverluste, es wird angegeben von 35 bis 50 Prozent, stationäre Motoren natürlich ein bisschen höher, deswegen habe ich den hier mit 45 Prozent mal angesetzt, damit würden wir auf 4,4 Kilowattstunden je Liter kommen, die wir damit erzeugen können. Mit 1 Liter Diesel können wir 4,4 Kilowattstunden elektrisch erzeugen. Jetzt rechnen wir das Ganze mal um, wir wissen ja, wir haben 491,04 Kilowattstunden mit unserem Mais erzeugt, rechnen das Ganze durch die 4,4 Liter, die wir sozusagen mit Diesel erzeugen könnten und kommen dann auf einen Wert von 109,18 Liter, die wir pro Tonne Mais einsparen. Das ist ein erheblich hoher Wert, also wir erinnern uns, die Thesis von vielen Leuten ist am Anfang gewesen, wir könnten einfach den eingesetzten Strom, den eingesetzten Diesel verbrennen in einem Motor und würden dann mehr Energie erzeugen, als wenn wir das Ganze mit Mais machen würden. Das heißt, wir würden hier einfach diese 2,22 Liter einsetzen und kommen dann am Ende auf 8,88 Kilowattstunden, die wir damit erzeugen können. Wir können aber letztendlich 491,04 Kilowattstunden mit den eingesetzten 2,22 Litern erzeugen. Das ist natürlich enorm viel, was da am Ende dabei rumkommt. Jetzt, wo wir die ganzen Werte ermittelt haben, ist es für uns natürlich auch super einfach, das Ganze auf einen Hektar hochzurechnen. Das heißt, wir multiplizieren alles mit 57, 57 Tonnen auf dem Hektar, kommen auf eine Dieselersparnis von 6.223,26 Liter. Mit dem Mais können wir insgesamt 27.989,28 Kilowattstunden pro Hektar erzeugen. Wenn wir das Ganze mit einem durchschnittlichen Haushalt von zwei Personen und 3.000 Kilowattstunden ausrechnen, erhalten wir damit eine Stromversorgung für 9,33 Haushalte für ein ganzes Jahr. So viel Strom erzeugen wir aus einem Hektar Maisanbau und so viele Leute können wir damit versorgen. Das war mir noch wichtig, dass ihr das einmal seht bei diesen ganzen Rechnereien, die wir hier hatten. Das Thema ist natürlich ein bisschen komplexer, aber ihr müsst natürlich auch den Werdegang verstehen, wie man letztendlich auf die ganzen Zahlen kommt. Wenn ihr das ganz cool fandet, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, würdet ihr das gerne auch mal für andere Substrate sehen? Wollt ihr den Werdegang für Gülle, für Mist und wollt ihr das Ganze eventuell auch noch für Grünland oder GPS sehen? Schreibt einfach mal rein, können wir gerne noch mal machen. Ich will aber nicht, dass das Video jetzt den Rahmen sprengt. Ich glaube, das war genug Input erstmal. Wo hinkt die ganze Betrachtung? Letztendlich betrachten wir hierbei nicht, wie viel Energie haben wir gebraucht, um die Fahrzeuge zu produzieren, mit denen wir arbeiten, wie viel Energie wird gebraucht, die Ersatzteile zu produzieren, mit denen wir arbeiten, wie viel Energie wird gebraucht für den Pflanzenschutz, für den Dünger, den wir noch mineralisch einsetzen. Wir sind ja sehr, sehr viel von der Organik, das heißt der Nährstoffkreislauf ist schon sehr, sehr geschlossen, mit dem wir hier arbeiten, aber wir kaufen ja trotzdem etwas mineralischen Dünger dazu, da wird Energie für gebraucht. Letztendlich auf der anderen Seite müsste man natürlich auch betrachten, wie energieaufwendig ist natürlich die Herstellung von einem Liter Diesel. Also Leute, ich hoffe euch dieses Video hat euch mal gefallen, ist ein bisschen eine andere Sichtweise auf das Ganze gewesen. Wir wollten einfach nur mal gucken, wie viel Strom können wir aus einer Tonne Mais erzeugen und sollte im Prinzip nur darüber Auskunft geben, einfach die Frage zu beantworten, lohnt es sich das Ganze zu betreiben oder könnte man einfach letztendlich Diesel verbrennen? Spoiler, natürlich lohnt sich das aus der Hinsicht, wir erzeugen viel mehr Strom, als wir aus dem gleichen, beziehungsweise aus den Diesel produzieren könnten, den wir verbraucht haben. Es gibt noch viele andere Pros und Cons. Thema Biogasanlage, das wollten wir heute einfach gar nicht beleuchten, es ging einfach nur darum, um die Behauptung, man kann auch einfach Diesel verbrennen und hat viel mehr, als wenn man Mais produziert oder Gras produziert oder andere Güter und macht diese in diese Biogasanlage. Ich bedanke mich für dieses Video, nein, da brauchst du dich bedanken, das hast du gemacht, ich bedanke mich, dass ihr alle zugeguckt habt und sage vielen, vielen Dank. Schreibt uns mal in die Kommentare, welche Themenbereiche hättet ihr gerne mal beleuchtet? Was soll ich mir mal angucken? Welche Behauptungen wollen wir einfach mal wieder belegen, die es in der Landwirtschaft gibt? Davon gibt es einen Haufen, was wollt ihr mal sehen dazu? Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dann Leute, ciao, ciao!